Der schlechte Einfluss Der Umgang mit schlechten Menschen bewirkt Vertrauenslosigkeit. Vertrauenslosigkeit bewirkt unweise Erwägung. Unweise Erwägung bewirkt Unachtsamkeit und geistige Unklarheit bewirkt Zügellosigkeit der Sinne. Zügellosigkeit der Sinne bewirkt den dreifach bösen Wandel. Der dreifach böse Wandel bewirkt den Daseinsdurst. Das also ist die Grundlage dieses Daseinsdurstes und so kommt er zustande. Folgende drei Wurzeln des Bösen gibt es, ihr Jünger. Welche drei? Gier ist eine Wurzel des Bösen. Hass ist eine Wurzel des Bösen. Verblendung ist eine Wurzel des Bösen. Wem ihr Jünger drei Dinge eigen, den hat man als Toren zu betrachten. Welche drei? Schlechter Wandel in Werken, schlechter Wandel in Worten und schlechter Wandel in Gedanken. Wem ihr Jünger diese drei Dinge eigen, den hat man als Toren zu betrachten. Wandel in Werken, schlechter Wandel in Worten... Wandel in Worten. Wandel in Worten. Wandel in Worten. Untertitelung des ZDF, 2020